Ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Live Let's Play WOT ich weiß nicht ganz genau was wie weit ich von meiner Garage erzählt habe zumindest habe ich hier den VK3001P, von dem ich schon Let's Play gemacht habe den VK602 Leopard und ja das andere müsste auf jeden Fall noch alles bekannt sein dann ist neu irgendwann während ich nicht in den Ferien der LTP Premium Panzer geschenkt wurden und ja ursprünglich wollte ich heute ein Replay machen mit dem KV1 Let's Play aber das ließ sich mehr starten weil es ja in der alten Version war also mache ich das jetzt einfach mal live so und dann geht's mal los also der KV1 ist wenn man in einen guten Kampf kommt wie jetzt ähm ein wirklich sehr guter Panzer er kommt eigentlich bei so gut wie allen durch zumindest mit seiner Top-Kanone auf dem gleichen Tier jetzt mal sehen Probleme ergeben noch meist andere KV1 das kommt man nicht unbedingt immer durch aber sonst kann man das gut machen kommt man damit gut lang die Geschwindigkeit ist nicht besonders schnell aber er ist schneller als der Churchill und ganz so grausam langsam man kann damit leben ja welcome to the losing team meint unser T1 Heavy naja wenn er meint oh der Sound ist ein bisschen laut so und ja auch die KVC und der Schaden bei der KV1 sind gut und ja die Panzerung sind eigentlich auch ziemlich gut irgendwo da warum mal am besten möglichst schnell hier in die Stadt fahren oder so wenn Munich soад riemann Ehm brüht U cerco kann man ja über den Berg fahren Ja, schön hinter Deckung zu bleiben, hier in der Deckung oder dann hier hinter Graben in den Straßen. Ich habe mich aber schon fast erreicht. Es sind ja schon ein paar andere vor mir da, aber das wird sich schon noch lösen. Hier werde ich es nicht mehr verpassen. Uh, ein Wolverine. Ich glaube, es ist noch kein, glaube ich, ganz special, wenn ich Wolverine löte und weiß nicht, ob der dabei ist, aber ich glaube, der ist dabei, dass ich da irgendwie extra credits kriege. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das so ein Hunting-Special oder so? Ach, ich weiß nicht. Ich habe es mir nicht so ganz genau durchgelesen, was gerade so ein Special ist. Mal hier, ob wir welche von der Seite erwischen können. Ah, vorbei, am T1 Heavy. Oh, da kommt gerade ein Panzer vorbei, der zeigt sich jetzt, der zeigt sich. Ah, erwischt mal da, weh. Hier ist jetzt Heavy. Treffe ich schon wieder nicht, treffe ich schon wieder nicht. Oh, hat er mir jetzt Schaden gemacht, das ist doch nicht okay. Ah, der hat keinen Fall mehr. Selbstverständlich, sehr wenig, sehr guter Heavy. Das ist der T1 Heavy hier, links, der kommt. Verdammt, ich komme nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr durch. Äh, ich habe mich noch bewegt, das war das Problem. So, schön drehen, das alles abbreitet. Schön hier schießen. Ich glaube, ich kann ihn kalt machen. Ah, so geht das fein. Ja, zieh dich zurück, mein Lauf. Ja, zieh dich zurück. Ah, ging nicht durch. Ich krieg dich schon noch, ich krieg dich schon noch. Ich krieg dich. Ah, voll. Voll durch ihre Panzer rum. Nein, 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 nein. Äh, Killsteal. Egal. Kill bringt mir trotzdem nicht viel wenig Erfahrung ein, die verletzen Leben. Hätte jetzt nicht so viel gebracht. Und dann geht's noch weiter. Munter, weiter töten. Munter, munter, weiter töten. Äh, noch drüben, nach dem, nach dem, nach dem anderen Ende der Karte. Ich habe das Panzer, kann ich nichts machen. Ich muss einfach nur hoffen, dass unsere dort die abhalten können. Und dann, na gut, wir nehmen ja jetzt schon die Base ein. Ich denke, es wird schon klappen. Zur Not nehmen die anderen, die hier schneller fahren als ich, die auch mit ein. Okay, sogar ich vielleicht noch. Und dann ist das eine schnelle, geordene Runde. Schön, souverän. Ja, wir müssen auf die Straße fahren. Ich fähre mal ein bisschen schneller. Na gut, wir müssen hier rüber. Äh, nach dem schon. Komm schon. Ich muss noch ein paar Erinnerungspunkte wenigstens kriegen. So, ein paar ganz wenige noch. Äh, ne. Nicht gehabt. Egal. Wir haben es geschafft. Gut. Ja, das war es dann sogar. Ich habe hier dann sogar schon eine schöne Stahlwand bekommen. Also schön viel abgeprallt von dem Dings da. 5,57 Erfahrung. Ohne Verdoppelung, das ist schon ganz schön. Habe auch noch hier Kettenabschlussschaden bekommen. Ja, ich denke, das war eine ganz gute Runde. Und damit verabschiede ich mich.